Der Weihnachtsstern oder die Blume der heiligen Nacht Der Weihnachtsstern ist ein unübersehbarer und leuchtender Botschafter in der Advents- und Weihnachtszeit. Er gehört zu den beliebtesten Top-Pflanzen in den USA und Europa. Allein in Europa werden jährlich gut 100 Millionen Sterne verkauft. In seiner Heimat Mexiko werden jedes Jahr mehrere Millionen dieser Pflanzen gezüchtet, von denen die meisten entweder für den heimischen Markt bestimmt sind oder in den Export nach Amerika gehen. Der Weihnachtsstern ist ein echter Hollywood-Star, denn er startete seine weltweite Karriere als Weihnachtspflanze auf dem Sunset und dem Hollywood Boulevard in Los Angeles. In zwei Läden verkaufte der deutsche Auswanderer Paul Ecke dort Anfang des 20. Jahrhunderts die geschnittenen Zweige von wild in Kalifornien wachsenden Weihnachtssternpflanzen als Weihnachtsblumen. Später widmete sich die Familie Ecke dann zunehmend der Züchtung von Topfsorten, die im Laufe der Zeit die Schnittblumen als Weihnachtsblumen mehr und mehr verdrängten. Botanisch gehört der Weihnachtsstern zu den Wolfsmilchgewächsen und in freier Wildbahn erreicht die Wildform dieser Zimmerpflanze eine Größe von bis zu vier Metern. Diese Pflanze liebt wärmere Temperaturen und ist in Mittel- und Südamerika zu Hause. Die Azteken, die zwischen dem 14. und dem 16. Jahrhundert im heutigen Mexiko lebten, verehrten diese Pflanze. Sie schmückten ihren Tempel damit und sie diente ihnen als Färbemittel und Heilpflanze. Vom Aztekenherrscher Montezuma wird berichtet, dass es seine Lieblingsblume war. Er glaubte, dass die rote Farbe der oberen Blätter daher rühre, dass diese einst von den Blutstropfen einer aztekischen Göttin benetzt wurde, die an gebrochenem Herzen starb. Die Sage verbreitete sich bis nach Europa, wo sie vermutlich Pate stand für die französische Bezeichnung des Weihnachtssterns als Eletroi d'Amour, Liebesstern. In der mexikanischen Heimat steht der Weihnachtsstern seit dem 16. Jahrhundert in Verbindung mit dem Weihnachtsfest und ist bekannt als Blume der Heiligen Nacht, da ihre sternförmigen Blätter den Stern von Bethlehem symbolisieren. Der mexikanischen Legende nach brachten ein junges Mädchen und ihr Bruder einen Strauß grüner Weihnachtssternblätter, die sie am Straßenrand gesammelt hatten, als Geschenk für das Jesuskind in ihre Kirche. Als das Mädchen Maria sie am Heiligen Abend an der Krippe niederlegte, verwandelten sich die grünen Blätter plötzlich in leuchtend rote Blütenblätter, was ihnen ihren vielsagenden Namen einbrachte. Im Jahr 1828 entdeckte der erste Botschafter der Vereinigten Staaten von Amerika in Mexiko, Joel Roberts Poinsett, am Straßenrand diese wunderbare, exotische Pflanze, die im Winter mit roten, spitzen Blättern blüht. Er erkannte ihr dekoratives Potenzial und führte diese Pflanze in die USA ein. Er starb am 12. Dezember 1851. Ein Jahr darauf erklärte der US-Kongress seinen Todestag zum Poinsettia Day. In den USA wird der Tag des Weihnachtssterns seit mehr als 160 Jahren gepflegt. Am Tag des Weihnachtssterns dreht sich alles um den Weihnachtsstern, ob als Liebesgruß, Freundschaftsbekundung, Entschuldigung, Genesungswunsch, Dankeschön oder einfach so. Es gibt viele Gründe, liebe Menschen speziell an diesem Tag mit einem Sternengruß zu überraschen. Den klassischen Weihnachtsstern mit seinen roten Blättern kennt fast jeder, aber die Pflanze hat noch viel mehr zu bieten. Sie gibt es in verschiedenen Varianten, in unterschiedlichsten Farben, Formen und Größen. Es gibt die Euphorbia pulcherima nicht nur mit roten, sondern auch mit weißen, cremefarbenen, rosa, gelben, Lachs- oder aprikofarbenen Blättern. Auch unterschiedliche Muster sind erhältlich. So gibt es etwa zweifarbige, gesprengelte bzw. panaschierte Weihnachtssternvarianten, also solche, bei denen weiße Flecken vorhanden sind, was den Blättern ein ganz eigenes Aussehen gibt. Alle diese farbigen Sorten tragen interessante Namen, wie zum Beispiel Arctic, Christmas Carol, Christmas Dream Fantasy oder Pink Evolution, um nur einige hier zu nennen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017